Schöner Style und jede Menge Gemütlichkeit fürs Training und die Freizeit. Mit dem Beyond the Run Climaheat Longsleeve von Adidas machen Läufer an kalten Tagen einfach mehr Spaß. Denn das Shirt erfüllt drei Faktoren, die dafür ganz wichtig sind. Der erste ist vor allem an kalten Tagen unverzichtbar, um sich überhaupt vor die Tür zu wagen. Wärme! Die Climaheat Funktionsfaser bietet eine tolle Wärmeisolierung und bleibt gleichzeitig atmungsaktiv. Das kuschelig weiche Innenmaterial fühlt sich super an und erhöht den Wohlfühlfaktor und die engen Bündchen verhindern, dass die Kälte in die Ärmel kriecht. Extrem gemütlich ist auch die Kapuze mit dem flauschigen Futter. Zusammen mit dem Kragen hält sie Kopf und Hals gut warm. Die zweite große Stärke des Oberteils ist der angenehme Tragekomfort, denn das Material ist weich und elastisch, bietet dir viel Bewegungsfreiheit und ein gutes Gefühl beim Sport. Durch den Formotion-Schnitt sitzt das Shirt bequem, schön und lässig. Recht praktisch sind auch die beiden Reißverschlusstaschen am Bauch. Die dritte große Stärke ist natürlich der klassische, aber schicke Look. Du kannst das Shirt natürlich im Training tragen, aber auch in der Freizeit und wirst die kalten Tage einfach mehr genießen können. Also hol dir das Beyond the Run Climber Heat Long Sleeve von Adidas, entweder in deiner Runners Point Filiale oder online unter www.runnerspoint.com. Du bist die und wir steinkert. Du bist die und wir uns am 0,19281 bis 2,19281 bis 3,242 bis 3 und 2,242 bis 3,242 bis 3,243 bis 4,242 bis 800 mutant restroom. Du bist die Nerven aber auch in der Roperamok Frye. Untertitelung des ZDF, 2020